so Achtung Alika filmt selber es wird spannend also was ich hier auf meinem rahmen habe das wird ein henkel für die wolltasche hier so das sehen da kommt dann hier oben kommt dann hier die seite ein henkel da und hier die andere seite kommt ein henkel und das wird hier der erste henkel und ja schau mal so wenig habe ich nur noch so viel das sind vielleicht noch 20 rein kann man das erkennen das ist nicht mehr viel ich habe da jetzt übelst lange für gebraucht weil mir ist immer passiert dass hier oben die schlaufen nehmt jetzt mal eine für euch ab dass ihr das nicht gerade hier am rand das ist so schwierig nehmt jetzt mal eine für euch ab dass ihr seht was hier immer passiert ist guckt mal hier die schlaufen seht ihr das seht ihr das die schlaufen die hier am rahmen befestigt sind wenn ich muss das jetzt wieder drauf drehen und das alles einhändig weil ich auf der anderen seite kamera halte so ich habe sie gekriegt so hier die schlaufen die sind immer abgegangen die haben sich immer gelöst dadurch habe ich dafür jetzt übelst lange gebraucht bis ich das fertig hatte beziehungsweise bis ich jetzt so weit bin aber jetzt habe ich ein trick gefunden und zwar werde ich jetzt bei jeder reihe die ich dann hier durch ziehe hier oben dann immer die schlaufen festhalten dass die mir nicht hier abspringen können vom rahmen und dann funktioniert das wunderbar aber kann euch ja mal zeigen bis hierhin so weit ungefähr da hatte ich und den rest hier den ganzen rest so viel habe ich alles heute geschafft dass man bestimmt 50 rein jetzt habe ich hier unten nur noch den ganz kleinen rest und das sind jetzt ja dann ist das der erste henkel und henkel nummer zwei kommt dann als nächstes dran ich hoffe man kann das gut erkennen ich habe das hier komplett selber gefilmt ohne gucky hilfe ohne sehende hilfe ich hoffe ich habe das einigermaßen getroffen dass das nicht so sehr gut ist tack 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 tack